Zeit Leute, das ist jetzt mein zweites Frühstück. Vorhin war ich in der Innenstadt kurz Meetings, jetzt habe ich hier Bio, den hatte ich ja gestern nicht. Als ich dann halte ich Käse, Toast, Fleischsalat, dann, na was ist denn das, Johannesbär, Marmelade, Nutella, nochmal diese aus diesem WM-Glas da, hier, dann habe ich vier Eier, Schokotrink, gutes Land, dann habe ich noch einen Joghurt-Trink, das ist auch ganz lustig zum Geburtstag hier, und dann habe ich noch ein paar rote Nutella und dann nochmal hier schön mit Kochschinken. Also könnt ihr sehen, das werde ich gleich verdrücken, und das gehört mit zum, ja und danach halt noch das Dessert, das gehört nochmal mit zu meinem zweiten Frühstück hier an meinem Geburtstag. Ich denke, das ist schon mal gut für einen Cheat-Day, und ich wollte ihn eigentlich erst nicht machen, aber jetzt habe ich ja die Tage so viel Wassersuppe gegessen, sei es mir auch gegönnt.